grüß gott und herzlich willkommen zur software technik vorlesung heute zum thema software architektur wir werden uns heute in der vorlesung damit auseinandersetzen was ist eigentlich der zusammenhang zwischen software architektur und lollis bevor wir dazu kommen erst noch mal ein kurzer einstieg mit unserem project cartoon wir hatten uns in den letzten zwei veranstaltungen damit befasst wie können wir eigentlich herausfinden was der kunde haben will und das ist nicht unbedingt immer das was er uns beschreibt wenn wir fragen was er braucht und das ist auch nicht unbedingt immer das was der projektmanager daraus versteht wir haben eine reihe von techniken kennengelernt anforderungen textuell aufzuschreiben aufzubereiten in form von um 11 verhaltensdiagrammen und an der stelle noch mal ein kurzes feedback ich habe mich sehr gefreut über die interaktiven einsendungen von euch im moodle die use case diagramme sind alle durchweg sehr gut für vor allem für eure ersten entwürfe das deutet an dass zumindest die die sich da engagiert haben dass die schon gutes verständnis entwickelt haben auch die anforderungen sind sehr vielfältig die aufgeschrieben habt und das gibt euch jetzt die möglichkeit auch im moodle viele beispiele für anforderungen zu sehen dazu vielleicht noch zwei hinweise das eine ist wenn ihr anforderungen aufschreibt in textueller form ein bis zwei sätze typischerweise das heißt ein wort reicht nicht als anforderung dann ist es wichtig dass diese anforderungen später überprüfbar sind das heißt gegeben ein software system muss ein mensch in der lage sein zu sagen entweder diese anforderung ist jetzt erfüllt oder dies nicht erfüllt das heißt sowas wie die anwendung soll innerhalb kürzester zeit entwickelt werden soll wenig energie verbrauchen oder soll wenig kosten das können wir nicht überprüfen indem wir uns die software angucken und die testen ein weiterer punkt ist da ist wahrscheinlich meine vorlesung ein bisschen fehlleitend ist es tatsächlich so dass es sowohl nutzer anforderungen als auch system anforderungen geben kann die jeweils funktional oder nicht funktional sind das heißt alle kombinationen daraus sind möglich und wenn ich euch bitte sozusagen eine nutzer system anforderungen funktionale und nicht funktionale anforderungen aufzuschreiben dann könnte der frau sein und nur zwei angeben gut aber das sozusagen noch mal zum feedback und jetzt zu dem was wir heute in der vorlesung machen wollen software architektur was wir uns beim letzten mal angesehen hatten ist der nächste schritt ist eigentlich das implementieren ja also der projektleiter hat irgendwie gewisses verständnis und wir werden heute sehen in der vorlesung warum das nicht so einfach ist warum wir nicht einfach anfangen sollten zu implementieren ein grund ist dass es auch wieder sein kann dass wir etwas falsches implementieren ein anderer grund ist dass wir typischerweise große teams haben viele entwickler und wir werden sehen dass wir einen job dazwischen brauchen nämlich den des software architekten leider und das illustriert der project cartoon ganz illustrativ kann es natürlich wieder sein es ist eine weitere person vielleicht oder zumindest eine weitere rolle und auch hier kann es wieder missverständnisse geben ja in dem fall hat der designer sich gedacht na ja also eine schaukel an den baum macht ja nur sinn wenn die auch schaukeln kann also sehen wir aus dem baum was raus und damit der baum trotzdem weiter stehen kann stützen bei den ab natürlich ist dieser entwurf hier relativ nutzlos für eine reale schaukel weil relativ schnell wird dieser baum das zeitliche segnen gut wir werden uns also heute hauptsächlich um diesen entwurf kümmern wir werden gucken warum ist das wichtig und wofür brauchen wir das die vorlesung hat auch wieder drei teile im ersten teil so eine einführung was ist software architektur werden so ein paar begriffe definieren aber auch einordnen wie passt das zu dem was wir in den letzten vorlesungen besprochen haben im zweiten teil der vorlesung werden wir tatsächlich zu unseren lollis kommen und wir werden uns angucken was haben lollis mit software architektur zu tun und im dritten teil wenn wir uns dann angucken wie architektur pattern aussehen können das heißt das sind so schablonen die können uns helfen wenn wir ein problem haben beim entwurf oder ein problem sehen in der software entwicklung wie wir das lösen können durch einen entsprechenden durch eine entsprechende architektur der software gut wir schreien ein mit dem ersten teil und hier möchte ich noch mal auf das ulmer münster zurückkommen das hatte ich ja damals in der vorlesung als motivation warum wir vielleicht mehr brauchen als das reine implementieren und das brauchen wir insbesondere dann wenn die systeme größer werden und bei gebäuden gibt es diesen begriff architektur oder architektur verbinden wir typischerweise mit gebäuden warum naja von einem von einem gebäude ist das was sozusagen am meisten heraussticht eben die architektur das heißt die grobe struktur dieses gebäudes und das ist was durchaus viel von zeitlicher epoche abhängt aber auch vom land oder kulturen und deswegen relativ reizvoll ist und interessant anzusehen wenn wir uns jetzt das ulmer münster angucken warum ist die architektur so entscheidend das eine ist die architektur erfüllt nicht nur den zweck dass es irgendwie schick aussieht sondern vor allem auch den zweck dass es robust ist dass das ganze eben über jahrhunderte so ein gebäude auch bestand haben kann und während wir einzelne steine von diesem gebäude austauschen müssen über die zeit was wir nicht ändern können oder nur sehr schwer ändern können oder nur in sehr kleinen schritten ist die architektur von dem gebäude also wir können jetzt nicht sagen ja wir wählen jetzt ein völlig andere architektur von dem von dem unteren teil weil dazu müssten wir irgendwie das obere erst abreißen und da weiter was aufzubauen und diese zwei punkte sind hat sich auch wichtig für die software wir brauchen solides fundament und wir können schwer die software später oder die architektur von einer software später ändern und deswegen müssen wir uns davor gut gedanken drum machen was motiviert jetzt eigentlich die architektur wo kommen wir jetzt her wir haben uns vorher in den letzten zwei vorlesungen damit beschäftigt anforderungen aufzunehmen systeme zu modellieren das alles dient dazu zu verstehen was der kunde eigentlich braucht und jetzt könnte man auf die idee kommen naja dann fangen wir jetzt an mit implementieren wir wissen jetzt was der kunde braucht und wir implementieren dazu ein zitat weeks of coding can save you hours of planning und mich hat das zitat berührt weil es relativ neckisch zeigt natürlich spart man tatsächlich nichts wenn man einfach mehr programmiert und weniger plant nicht jede planung zahlt sich tatsächlich aus aber es zeigt dieses zitat und da ist auch relativ viel dran dass jetzt einfach anfangen mit programmieren kann es später sehr viel aufwand kosten weil wir zum beispiel merken dass diese architektur die irgendwie da drunter liegt in dem was wir jetzt implementiert haben dass die ungeeignet ist ja und dann ist das auch ein typischer grund warum software projekte fehlschlagen weil man einfach darauf hinarbeitet und dann feststellt das was wir das letzte jahr mit 100 leuten gemacht haben war irgendwie ungünstig wir müssen noch mal neu anfangen das wollen wir auf jeden fall vermeiden und um die probleme noch mal ein bisschen plastischer zu machen es ist immer eine frage der größe von den software systemen die wir uns angucken und bei großem software system haben wir viele anforderungen und wir können jetzt schlecht hergehen und sagen ja die anforderungen wie die zehn ersten anforderungen setzt der erste entwickler um und die anderen zehn der der zweite entwickler erstens weil wir haben nicht nur zwei entwickler sondern wir haben unter umständen sehr viele entwickler das können hunderte oder gar tausende entwickler sein und wir haben so viele anforderungen die auch gegenseitig in bezug stehen es ist nicht denkbar dass man einfach sagt okay diese anforderung wird jetzt von dieser person umgesetzt erst recht nicht von den dokumenten die wir bisher haben da kommen wir nachher noch mal darauf zurück wie wir die anforderungen vielleicht irgendwie so gruppieren können wie die später gebraucht werden was wir also brauchen damit viele entwickler daran sinnvoll arbeiten können ist eine trennung von belangen englisch separation of concerns das ist ein begriff der durchaus in vielen bereichen seine wirkung findet die idee ist dass man eine große aufgabe zerlegt in verschiedene belange die jeweils möglichst getrennt voneinander bearbeitet werden können und das ermöglicht uns dann teams zu bilden und das ganze sieht wie folgt aus wenn wir so eine architektur entwerfen und wir werden auch später noch architekturen in der vorlesung sehen dann ist die idee wir nehmen ein gesamtsystem und zerlegen das in teil systeme und diese teil systeme die können wir dann gewissen teams geben und diese teams entwickeln diese teil systeme und wir werden auch sehen dass wir die anforderung tatsächlich in den kontext von diesen teil systemen setzen werden und basierend auf dieser zerlegung des teils des gesamtsystems und teil systeme kann man dann starten mit der implementierung ich möchte an der stelle die gelegenheit nutzen noch mal kurz euch zu verdeutlichen wie das zu dem bisher erlernten wissen passt wir haben uns anforderungsanalyse angeguckt und darin die grundlegende phase der anforderungsermittlung englisch requirements elicitation die anforderungsermittlung war sozusagen der erste schritt das haben wir zwei vor zwei vorlesungen besprochen und die nachfolgende phase war die system modellierung und was wir daraus jetzt also was was ist jetzt aus diesen schritten sozusagen herausgefallen oder wie hängen diese zwei phasen zusammen naja wir haben dokumente die entstehen bei der anforderungsanalyse und die werden genutzt für die system modellierung und zwar ist das die anforderungsspezifikation requirements specification kürze ich jetzt ja gut und was aus der system modellierung rausfällt ist die so genannte systemspezifikation diese beiden phasen zusammen nennt man auch analyse englisch analysis ich glaube hier gehe ich noch mal zurück wenn das stricheln damit man es nachher besser auseinander halten kann tatsächlich ist das für euch ein bisschen zur einordnung wir werden auch in späteren vorlesungen immer mal wieder begriffe nutzen und wichtig dass ihr ein grobes verständnis habt wie diese einzelnen phasen eigentlich zusammenhängen und zusammenspielen gut und neben dem oder was machen wir jetzt mit der system spezifikation naja die system spezifikation ist tatsächlich auch wieder eingabe und zwar für das was wir heute betrachten nämlich die architekt der architektur entwurf englisch architectural design und wir werden sehen dass auch da wieder was rausfällt und zwar die architektur spezifikation und um das bild noch zu vervollständigen was wir dann in der nächsten woche dazu besprochen besprechen werden ist ein zweiter teil vom entwurf nämlich der sogenannte software entwurf englisch software design und diese zwei phasen das der grund warum ich das hier auch jetzt so zeigen möchte so konkret ist dass diese zwei phasen zusammen den entwurf ausmachen das heißt wir werden uns heute in der vorlesung angucken wie der grob entwurf aussieht so würde man das im deutschen jetzt übersetzen ja architektur entwurf oder grob entwurf und der feine entwurf eben der deutschen erde begriff für den begriff software design gut aber jetzt sozusagen damit wir das einordnen können das sind sozusagen die wesentlichen begriffe und die wesentlichen sachen die da zusammenwirken was ist jetzt eigentlich dieser prozess architectural design architectural design ist a creative process in which you design a system organization that will satisfy the functional and non-functional requirements of a system also architektur entwurf ist tatsächlich ein prozess ist es ist ein kreativer prozess bei dem wir eben nach kreativen lösungen suchen wie wir diese funktionalen und nicht funktionalen eigenschaften umsetzen können und wie sozusagen das system allgemein organisiert sein soll was daraus resultiert ist dann die system architektur oder eben die der software architektur the software architecture is a description of how a software system is organized properties of a system such as performance security and availability are influenced by the architecture used also eine software architektur ist eine beschreibung wie das system organisiert ist wie das system funktioniert und es gibt viele nicht funktionale eigenschaften wie die performance security oder die verfügbarkeit die stark davon abhängen wie der software architektur entwurf aussieht allerdings ist das alles nicht schwarz und weiß es gibt hier sozusagen in der praxis abweichung zu dem was ich euch da bisher erzählt haben so you might propose an abstract system architecture where you associate groups of system functions of features which with large scale components or subsystems you then use this decomposition to discuss the requirements and more detailed features of the system with stakeholders und was wir da raus lesen ist dass ein solches system in diese teil systeme zerlegt wird und wir dann unter umständen nochmal zurückgehen in den anforderungsprozess und dann diese anforderung versuchen zu gruppieren nach teil systemen ja und das ist das was wir daran sehen ist dass dieses prinzip was eigentlich so linear auf der letzten folie aussah dass das unter umständen gar nicht so linear ist sondern dass diese phasen eigentlich auch ineinander übergreifen und dass man da auch unter umständen mal hin und zurück geht dass man anforderungen aufnimmt man stellt die grob architektur auf und dann geht noch mal zurück in die anforderung versucht anforderungen an teil systeme oder darauf zu mappen und dann auch sozusagen in kleineren teams zusammenzuwirken und zu sagen was soll diese komponente können was muss sie können was für funktionale und nicht funktionale eigenschaften soll eine solche komponente erfüllen ja das ist ein blick auf eine architektur auch wieder als karikatur als xk cd comic und zwar ja es ist schon so dass wir viel digitale infrastruktur inzwischen haben und dass es viele kleine oder größere projekte gibt was dieses bildschirm veranschaulicht und dass diese gewissermaßen aufeinander aufbauen dass ein software projekt ein anderes software projekt braucht dass wir sozusagen eine gewisse architektur sich dadurch ergibt dass wir andere sachen nutzen und auf denen aufbauen und was da unter umständen passieren kann ist dass da teilweise kleinere open source projekte plötzlich eine sehr wichtige rolle bekommen weil sie einfach an ganz vielen stellen verwendet werden und ob dieser open source programmierer jetzt in nebraska sitzt oder irgendwo anders tatsächlich ist das was wo wir auch bei der software architektur an der stelle eine gewisse verantwortung haben wenn wir sagen wir nutzen und wollen explizit eine komponente wiederverwenden die es schon gibt ist das prinzipiell gut weil es spart uns aufwand aber es sollte natürlich nicht wie diese abbildung hier suggeriert passieren können dass wenn das jetzt nicht mehr verfügbar ist dass dann alles in sich zusammenbricht welche ziele hat die software architektur software architektur hat im wesentlichen drei ziele und man kann sich noch mehr ziele ausmachen aber die haben dann immer wieder was mit diesen drei grundlegenden zielen zu tun eins habe ich eben schon angesprochen und das ist wir wollen wiederverwendung ermöglichen englisch reuse was heißt das naja es ist relativ unwirtschaftlich jedes mal von vorn alles neu zu entwickeln das heißt wenn wir ein system ein neues system entwickeln wollen dann ist es sinnvoll darüber nachzudenken in welche teile können wir das zu legen und welche teile gibt es vielleicht schon die können wir einfach wiederverwenden es geht auch darum kritische anforderungen zu erfüllen gerade nicht funktionale eigenschaften haben eine sehr entscheidende rolle für die software architektur weil vielleicht eine bestimmte architektur und das ist noch egal wie wir darin jetzt implementieren und wie viel mühe wir uns da geben kann es sein dass eine bestimmte architektur uns nicht zum ziel führt also ein verteiltes system hat immer einen gewissen delay darüber dass anfragen über das internet und daten über das internet gesendet werden müssen und es dadurch immer muss vorsichtig sein ist dadurch tendenziell erstmal langsamer und jetzt kommt es immer darauf an was man für anforderungen hat es kann auch security anforderungen geben wenn ich ein atomkraftwerk dafür die software designe dann möchte ich vielleicht gar nicht dass irgendwelche komponenten außerhalb dieses atomkraftwerk liegen oder dass es überhaupt keinen zugang aus dem internet darauf gibt der wichtigste punkt von software architektur ist allerdings aus meiner sicht dass die kommunikation zwischen verschiedenen akteuren in der software entwicklung denn diese architektur gibt uns eine möglichkeit darüber zu reden und auch gerade im letzten teil der vorlesung werden wir uns einige architektur muster angucken die uns helfen zu verstehen mit relativ kurzen prägnanten worten zu verstehen wie eine architektur im groben aussieht sommerville unterscheidet vier sichten in der software architektur könnt ihr auch ein buch dazu nochmal mehr nachlesen ich möchte bloß ganz kurz darauf eingehen diese sichten werden jetzt nicht so viel eine rolle spielen bei uns aber ich möchte dass ihr sie auf jeden fall schon mal gehört habt es gibt die logische sicht das ist eher eine sicht wo wir relativ nah noch dran sind an den anforderungen und aus aus sicht des nutzers bestimmte eigenschaften des systems beschreiben dann haben wir die physische sicht da stellt sich eben die frage welche teile der software sollen eigentlich nachher auf welchen rechnerknoten laufen das heißt wenn ich eine app designe dann ist halt die frage welche berechnungen laufen wirklich auf der app und welche vielleicht irgendwo offen im server und wenn ich mehrere apps habe die irgendwie oder mehrere geräte habe dann ist auch die frage welche berechnung läuft eben auf welchem gerät dann gibt es die development view und das ist wahrscheinlich die wichtigste sicht auch heute aus sicht der vorlesung da geht es eben darum wir haben viele entwickler wir müssen die irgendwie in teams aufteilen und diese teams müssen möglichst unabhängig voneinander arbeiten können die werden nicht vollkommen unabhängig arbeiten können aber die sollen wenigstens so ein zwei wochen arbeiten können ohne dass sie im ständigen austausch mit anderen teams stehen müssen und dann gibt es noch die prozess sicht und das ist sozusagen eher das verhalten das wie wird etwas gemacht was sind die schritte und dafür haben wir in den in der letzten vorlesung schon diagramme kennengelernt das ganze könnt ihr hier auch noch mal nachlesen das ist ein wirkliches zitat aus dem buch von sommerville und ich möchte jetzt den ersten teil abschließen mit einem wie ich finde sehr interessanten gesetzmäßigkeit und zwar dem conversion gesetz melvin conway hat 1967 folgendes geschrieben 1968 wurde es veröffentlicht any organization that designs a system will produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure das ist eine sehr wichtige gesetzmäßigkeit nicht nur für software entwicklung sondern in immer mehr bereichen wird erkannt dass das conway'sche gesetz eine enorme bedeutung für uns hat was wir daraus mitnehmen können ist die architektur von einem software system hat einen unmittelbaren zusammenhang zu dem wie in der während der software entwicklung wie in einem software unternehmen die kommunikation stattfindet und das kann in beide richtungen gehen es kann also sein dass die kommunikationsstruktur gewissermaßen sich irgendwie im code in irgendwelchen artefakten wieder findet das kann aber auch andersrum sein dass ich über eine architektur steuern kann wie später die kommunikation laufen wird ja und in beide richtungen ist es sozusagen interessanter zu betrachten und deswegen auch an der stelle eine wichtige gesetzmäßigkeit die wir sozusagen immer im hinterkopf behalten müssen wenn ich eine architektur angebe wenn ich mir überlege welche teil systeme soll es geben dann wird es mehr kommunikation innerhalb von diesen teams gehen und weniger kommunikation außerhalb und das werden wir auch später in der architektur und im source code wiederfinden gut im ersten teil der vorlesung haben wir uns angeguckt was ist eigentlich software architektur warum ist das so relevant und was gibt es für wichtige sachen zu wissen über software architekturen und bevor wir da jetzt konkreter werden möchte ich euch ein bisschen motivieren für software architektur ihr sollt euch nämlich mal angucken ihr sollt versuchen zu verstehen wie die corona warn app funktioniert indem ihr den source code anguckt und jetzt kann man natürlich beliebig viel zeit reinstecken die idee ist dass ihr wirklich nur fünf minuten verwendet in fünf minuten könnte ich kann man so wesentliche prinzipien wahrscheinlich schon vermitteln und die frage ist könnt ihr dass das wesentliche funktionieren von der corona warn app aus dem source code herauslesen was ihr darüber gelernt habt sollt ihr dann in einem kurzen fragebogen dazu beantworten gut viel spaß bei der aufgabe und bis gleich